Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des RegioTV-Stadtgesprächs aus dem Skala in Ludwigsburg. Und meinen Gast heute, den sehe ich eigentlich fast an jedem Wochenende bei irgendwelchen Sportevents hier in der Region. Ingo Guttensohn, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Der Head of Marketing von MHP mit Sitz in Ludwigsburg. Heimspiel also. Ja, Sport haben wir gerade angesprochen. Da ist MHP in den letzten Jahren sehr stark präsent. Die MHP Riesen, da steht es natürlich schon im Namen drin, spielen in der MHP Arena. Auch die Ladies der SGB BM Bietigheim spielen zum Beispiel ihre Europapokalspiele hier in der MHP Arena. Und auch bei den Stuttgarter Kickers seid ihr schön vorne auf der Brust drauf. Wann habt ihr euch entschieden, diesen Weg zu gehen, ins Sponsoring, vor allem ins Sportsponsoring einzusteigen? MHP gibt es jetzt seit 21 Jahren. Wir sind ein sehr erfolgreiches Management- und IT-Beratungsunternehmen. Und wir haben eigentlich von Anfang an, ich bin jetzt seit über 17 Jahren bei MHP, im Marketing sehr stark Wert darauf gelegt, das Thema Partnerschaft nach außen zu leben. Weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Gut bei uns in der Unternehmensphilosophie. Und Sponsoring ist ein wunderschönes Kommunikationsinstrument, mit dem man das sehr gut verbinden kann. Wir sehen unter Sponsoring vor allem erstmal das Thema soziale, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Deswegen haben wir auch sehr viele, wirklich schöne Projekte im Bereich Social Sponsoring mit dem Thema MHP Cares oder dem Kinderherzzentrum zum Beispiel. Aber auch im Bereich Wissenschaftssponsoring. Wir haben einen eigenen Hochschulpreis. Wir engagieren uns da sehr stark, auch mit dem Ludwigsburger Schlossverspiel, hier am Hauptstandort in Ludwigsburg. Und haben dann natürlich gesagt, es ist extrem wichtig für uns, die Marke MHP zu emotionalisieren. Und haben 2011 die große Chance bekommen, die MHP Arena, damals noch die Ludwigsburger Arena, war frei vom Namen. Das Branding war noch nicht vergeben. Und ich habe gesagt, hier, neuer Hauptstandort in Ludwigsburg. Wir haben gerade den Hauptstandort verlegt. Es wäre eine große Chance für uns, das Thema MHP zu emotionalisieren. Vor allem aber auch in Verbindung mit unseren Teams. Und seitdem sind wir konsequent den Weg gegangen. Wir haben uns dann engagiert bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Zuerst als Premium Partner, dann eigentlich nach einem sportlich schwierigen Jahr sofort als Hauptsponsor, als Namenssponsor der MHP Riesen. Weil es uns sehr, sehr wichtig war, dass wir ein sehr erfolgreiches Erstligateam in der MHP Arena haben. Und haben das sukzessive weiter ausgebaut. Und haben in der Zwischenzeit auch, und du hast es schon angesprochen, mit der SGB-BM zwei Handballteams, die sehr erfolgreich sind. Aktuell das beste Damen-Team in der Liga. In Deutschland auf jeden Fall, vielleicht sogar europäisch. Und mit den Herren, die aktuell auf dem dritten Platz stehen und auch die Chance haben, wieder in die stärkste Handball-Liga der Welt aufzusteigen. Und klar, wenn man dann im Sport unterwegs ist, im Teamsport, dann ist sicher auch das Thema Fußball von Interesse. Und mit den Stuttgarter Kickers haben wir einen Traditionsverein, das sicher gerade aktuell nicht so erfolgreich ist. Aber auch da sehen wir durchaus Potenzial nach vorne. Da kommen wir vielleicht später noch dazu. Aber was habt ihr dann jetzt davon? Also habt ihr da irgendwas zurückbekommen dann auch, dass ihr gemerkt habt, okay, wir wollen die Marke emotionalisieren, nach außen tragen. Und kann man das dann auch irgendwo ablesen, dass es funktioniert hat? Vielleicht ganz kurz zu unserem Geschäftsmodell. MAP ist eine Beratung. Das bedeutet, wir beraten Unternehmen im Bereich Management und IT. Wir optimieren und digitalisieren Prozesse, unterstützen die auch bei ihren Geschäftsmodellen, bei ihrer Strategie für die Zukunft erfolgreich zu sein. Vor allem in der Automobil- und Fertigungsbranche. Und wir arbeiten jeden Tag in Teams. Also das Thema gelebte Partnerschaft im Team gemeinsam erfolgreich zu sein, steht bei uns ganz, ganz oben. Sowohl in internen Teams, aber auch in Projektteams mit den Kunden. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass so ein eigener Claim in Richtung Sponsoring, und das ist bei uns exzellentes Team-Playing oder exzellente Team-Player zu sein, eigentlich eine sehr gute Verbindung zwischen unserem Business und dem Thema Sport und vor allem dem Thema Sponsoring, vor allem dem Thema Sportsponsoring ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir werden da uns weiterentwickeln in dem Thema. Und heute kann man sagen, wir haben die Marke MAP stark emotionalisiert durch das Thema Sponsoring, vor allem durch das Thema Teamsponsoring. Wir müssen einfach nur mal in die MAP-Arena gehen. Du bist ja oft dort, wir sehen uns oft bei den Spielen, traumhafte Stimmung, wirklich toll. Wir machen da sehr, sehr viele Aktionen, auch gemeinsam mit unseren Mitarbeitern. Also wir leben das wirklich und wir brauchen das auch, um die Marke zu emotionalisieren, weil eine der größten Herausforderungen in der Beratung, wir sind eine erfolgreiche Beratung, wir wachsen sehr stark, das ist das Thema Employer Branding. Wir müssen ein interessanter, erfolgreicher Arbeitgeber sein. Wir brauchen den Nachwuchs, um weiter zu wachsen und vor allem Hochschulabsolventen. Und die gewinnen wir auch sehr stark durch das Thema Sponsoring, durch unser Engagement mit den Teams. Das macht uns sympathisch, das unterscheidet uns auch von vielen Mitbewerbern. Und was ich immer sehr schön finde, wenn ich auch merke, intern in Richtung Mitarbeiter, Motivation, Mitarbeiter zu begeistern, Mitarbeiter vielleicht auch an MAP stärker zu binden, das funktioniert sehr, sehr gut und da sind wir auch stolz drauf. Also eure Mitarbeiter sind dann auch Fans von den Vereinen. Ich glaube, ihr wart auch beim Top 4 in Berlin, weil ihr da auch einen Standort habt und da fiebern die dann richtig mit. Ja, also beim Top 4 in Berlin, das war natürlich auch was Außergewöhnliches, dass wir unter den besten vier Teams waren im Pokal, in den MAP-Riesen, waren wir mit über 300 Mitarbeitern aus allen Standorten eigentlich. Das freut uns auch sehr, weil wir versuchen auch immer stärker, Spiele in ganz Deutschland mit Mitarbeiteraktionen dementsprechend zu organisieren, weil es uns wichtig ist, dass wir es nicht nur am Hauptstandort machen. Und in Berlin haben wir einen relativ neuen Lab gegründet, sehr innovativ, jung, dynamisch, sehr wichtiges Thema auch für uns. Und wir merken, dass auch gerade das Thema Basketball sehr, sehr gut ankommt bei unseren Mitarbeitern und wir freuen uns eigentlich, wenn die Aktionen dann so gut ankommen. Und es zahlt würdig dann in die Marke ein und das ist auch das Ziel von Marketing. Jetzt gibt es im Sport nicht immer nur Ups, sondern eben auch Downs, was das in Sachen Sport-Sponsoring zu bedeuten hat. Darüber reden wir dann gleich im zweiten Teil des Stadtgesprächs. Bleiben Sie dran. Der Head of Marketing von MHP, Ingo Guttensohn, ist weiterhin mein Gast im Regio-TV-Stadtgespräch. Herr Ingo, du hast es eben angesprochen, ihr seid bei den Riesen eingestiegen. Da waren die eigentlich sportlich abgestiegen. Über die Wildcard sind sie dann doch in der ersten Liga geblieben. Also ihr habt den Jungs quasi einen Vertrauensvorschuss auch so ein bisschen gegeben. Ihr habt einfach an das Projekt Basketball in Ludwigsburg geglaubt. Und jetzt spielen die international, die SG Ladies auch. Also euer Name, euer Claim reist durch Europa. Das freut den Hauptsponsor natürlich auch. Ist aber keine Voraussetzung von Sponsoring. Ich glaube, Sport und Erfolg im Sport ist sicher nicht immer so einfach planbar. Sieht man an vielen Beispielen. Für uns war es einfach so, wir haben gesagt, das Herzstück unserer Sponsoring ist die MAP Arena hier am Hauptstandort in Ludwigsburg. Wir möchten hier in der MAP Arena möglichst Erstligisten als Heimteams haben und sind eingestiegen als Premium Partner und haben gemerkt, nach einem schweren ersten Jahr, wir müssen das Thema weiterentwickeln gemeinsam. Und haben uns würdig zusammengesetzt, haben das nochmal neu bewertet, haben damals schon ein sehr großes Vertrauen in das Team gehabt, mit Alex Reil, mit John Patrick, die heute alle noch da sind, Mario Probst. Das zeigt ja auch, dass der Verein an sich sehr gut aufgestellt war, dass es auch, würde ich mal, ein schwieriges Jahr war. Und es ist sicher auch nicht einfach, immer gerade im Basketball zu planen, wo die Teams immer sehr stark verändert werden von Jahr zu Jahr. Und mit John Patrick hatten wir aber auch einen Trainer, dem ein großes Vertrauen geschenkt hat. Und das hat sich wirklich bis zum heutigen Tag bestätigt. Wir haben das Thema Basketball toll weiterentwickelt, gemeinsam mit dem Team. Wir sind sehr erfolgreich, waren jetzt dreimal in den Playoffs, sind wieder auf dem Playoffplatz, sind jetzt europäisch auf einem sehr, sehr guten Weg, sehr erfolgreich. Und das zeigt sich eigentlich in allen Sportarten. Wir merken auch, es ist sehr stark abhängig von wenigen Personen, vor allem vom Coach oftmals. Ich vergleiche das immer mit einem Projektleiter in unseren Beratungsteams. Das ganze Team ist wichtig, aber so ein Projektleiter, ähnlich wie ein Trainer, ist schon eine zentrale Figur. Die Hand halt drauf haben. Ein anderes Beispiel, klar, die können nicht in der MHP Arena spielen. Es sind eben die Kickers, dafür eben in der Landeshauptstadt vertreten. Ist vielleicht strategisch auch nicht ganz so schlecht. Die haben an die zweite Liga angeklopft. Aus ein paar Gründen ging es eben jetzt nach unten in die Regionalliga. Aber das sagt man dann als Sponsor trotzdem, naja, jetzt haben wir uns dafür entschieden. Jetzt bleiben wir auch dabei. Also ich glaube, das Thema langfristige Partnerschaft ist wirklich auch etwas, was das MHP sehr stark auszeichnet. Das ist bei uns gelebte Philosophie. Und wir haben das ja auch gemeinsam mit unserer Mutter Porsche entwickelt. Sowohl auch im Basketball, wo Porsche sehr erfolgreich im Nachwuchssponsor ist mit einem deutschen Meistertitel vor zwei Jahren. Und jetzt aber auch bei den Stuttgarter Kickers, wie man sieht, die Jugendmannschaften funktionieren sehr, sehr gut. Wir haben wirklich in jeder Altersklasse Jugendmannschaften, die top sind, die auch Bundesliga spielen auf oberster Ebene. Und im aktiven Bereich lief es leider nicht so gut im ersten Jahr. Ich denke mal, nach dem Sieg jetzt am Samstag gegen VfB II hoffe ich, dass es jetzt eine Wende ist. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir versuchen da auch gemeinsam im Team etwas aufzubauen, aber es ist sicher auch noch ein langer Weg. Und man sieht, wie schwierig es ist, im Profisport das Thema nach vorne zu entwickeln. Und das macht es aber auch spannend und reizvoll und interessant. Und ich denke mal, MHP ist da auch ein sehr verlässlicher Partner. Man hört, wenn du so sprichst, man wird auch Fan von den Mannschaften logischerweise. Man ist emotional dabei, auch bei den Spielen. Was ist so deine Hoffnung mit dem Blick Richtung Sommer? Wo sollen sie denn alle stehen? Wenn man auf die SG Ladies guckt, da ist ein Dribbel möglich. Das ist historisch. Das bisher ist auf dem Briefkopf der größte Erfolg, der Aufstieg in die erste Liga. Absolut. Also ich glaube, uns geht es da ähnlich. Wir sind beide auch große Sportfans und natürlich auch von unseren Teams. Und für mich das Größte ist erst mal, wenn ich ein Wochenende habe, wo alle unsere Teams gewinnen. Das ist schon mal, glaube ich, ein tolles Erlebnis. Und natürlich, wenn man nach vorne schaut, wir sind aktuell bei den Handballfrauen Erster. Wir haben die Chance, Pokalsieger zu werden. Und er ist angesprochen, auch das Dribbel zu holen mit dem europäischen Wettbewerb, mit dem Halbfinale jetzt. Ganz toll, super Mannschaft, würde ich. Also spielen tollen Handball, würde ich. Es wäre es wert, mal noch mehr Zuschauer in der MAP-Arena zu haben, dann bei den Handballspielen der SGB-WM-Damenmannschaft. Aber auch im Herrenbereich sind wir aktuell in der zweiten Liga auf dem dritten Platz. Die ersten drei steigen auf in die erste Liga. Also auch da hoffe ich natürlich auf einen Aufstieg. Wobei, ein Aufstieg bedeutet natürlich auch, dass es wieder sehr, sehr schwer werden wird. Weil die erste Liga, das ist ein großer Sprung, auch in den Budgets und so weiter. Und bei den Stuttgarter Kickers hoffen wir natürlich Trendwende. Aktuell sind wir 15. Es werden sehr viele Mannschaften dieses Jahr absteigen. Die Regionalliga ist eine ganz schwierige Liga. Aber wir hoffen natürlich das Beste für unsere Teams. Und vor allem wollen wir auch, dass das Thema sich weiterentwickelt. Also wir sind wirklich angetreten, die Sportarten auch in der Region hier weiterzuentwickeln. Und deswegen muss man da auch mittel- bis langfristig planen. Und wir werden es weiterhin beobachten. Vielen herzlichen Dank, Ingo. Das war das RegioTV-Stadtgespräch. Ihnen noch viel Spaß im weiteren Programm. Machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Das Stadtwerken Ludwigsburg-Kernismus-Kernasispräch